Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Die britische Romanautorin, Dramatikerin und Drehbuchautorin Faye Weldon ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte ihre Familie am Mittwoch mit. Ihre Bücher und Stücke handelten meist von Beziehungen zwischen Frauen und Männern, darunter Down Among Women, hier unten bei den Frauen, von 1971 und The Lives and Loves of a She-Devil, Die Teufelin. Der Roman wurde 1989 mit Meryl Streep verfilmt und wurde auch Vorlage für eine Fernsehserie. Für ihr Werk wurde Faye Weldon 2001 mit dem Orden Commander of the British Empire ausgezeichnet. 1971 erhielt sie für die erste Episode der Fernsehserie, Das Haus am Eartong Please, einen Writers Guild Award für das beste britische Seriendrehbuch. Diese Nachricht wurde am 05.01.2023 im Ganjsham. Then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.